Antarius, der Podcast Verwandle dein Unternehmen in eine gut geölte Maschine Ich bin Chris Burger und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Also, schnall dich an und lass uns gemeinsam die spannende Reise antreten, die dein Unternehmen in eine gut geölte Maschine verwandelt. In dieser Folge werde ich dir ein paar praktische Tipps mitgeben, die dir helfen, deine ersten Mitarbeitenden einzustellen. Falls du erst hier in den Podcast eingestiegen bist, empfehle ich dir, zuerst die Folge 1 über den Unternehmermythos zu hören. Ich möchte an dieser Stelle auf den nächsten Workshop hinweisen, den ich in knapp einem Monat am 17. April in Lies durchführe. Falls dir das Datum nicht passt, findet der gleiche Workshop auch am 8. Mai in Egerkingen und am 12. Juni in Steffisburg statt. In diesem Intensivworkshop lernst du die wichtigsten Tools kennen, mit denen du dein Unternehmen in eine gut geölte Maschine verwandelst. Ich zeige dir auf, wie du sie am besten umsetzen kannst und beantworte deine Fragen. Du bekommst neben den ausführlichen Unterlagen auch Zugriff auf meine Online-Lernplattform, auf der du das Gelernte anschliessend vertiefen und die Tools in elektronischer Form runterladen kannst. Dieses ideale Einstiegsseminar kannst du unter kmu-academy.com buchen. Bitte trag meinen Namen im Feld «Empfohlen durch» bei der Anmeldung ein. Den Link auf die Workshop-Beschreibung und das Anmeldeformular findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Auch wenn viele meiner Tools erst ab einer bestimmten Anzahl Mitarbeitenden wirklich ihr volles Potenzial entfalten, kommen immer wieder auch UnternehmerInnen auf mich zu, die noch alleine unterwegs sind. Für sie ist die Einstellung der ersten Mitarbeiterin ein riesiger Schritt, der ihnen Angst macht. Auf der anderen Seite müssten sie aber Kunden abweisen, wenn sie niemanden einstellen und darauf haben sie verständlicherweise keine Lust. Wenn du an diesem Punkt stehst, ist diese Folge genau für dich gedacht. Zuerst einmal möchte ich kurz darauf eingehen, wann denn der richtige Zeitpunkt ist, um jemanden einzustellen. Es gibt da aus meiner Sicht keine eindeutige Antwort. Ich empfehle, so früh wie möglich, so spät wie nötig. So früh wie möglich bedeutet, noch bevor dir das Ganze über den Kopf hinauswächst und du einen Zusammenbruch erleidest. So spät wie nötig bedeutet, erst dann, wenn du es dir auch wirklich leisten kannst. Mitarbeitende einzustellen heisst, mittelfristige finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Du schuldest den Mitarbeitenden Lohn und Sozialleistungen, die du auch noch bezahlen musst, wenn dir das Geld schon ausgegangen ist. Darum lautet mein erster Tipp, stelle erst jemanden ein, wenn es dein Cashflow auch erlaubt. Du musst in der Lage sein, den Lohn dieser Person bezahlen zu können, ohne dass du deinen anderen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kannst. Du hast also idealerweise ein Businessmodell, das funktioniert, oder Investoren, die dir das Wachstum finanzieren. Wenn du noch nicht so weit bist, empfehle ich dir, primär mit Freelancern zu arbeiten, bis du genügend Umsatz bzw. Cashflow hast. Die zweite Frage ist, welches Profil du als erstes einstellen solltest. Die Antwort auf diese Frage erarbeite ich mit meinen Kunden, indem wir gemeinsam eine Accountability-Chart für das Unternehmen erstellen. Wenn du mehr über die Accountability-Chart erfahren möchtest, dann empfehle ich dir, in die Folge 10 reinzuhören. Da erkläre ich dir im Detail, wie du deine Accountability-Chart aufbauen kannst. Die Accountability-Chart macht in jedem Fall auch dann Sinn, wenn du noch alleine bist. Entwerfe die Struktur deines Unternehmens, wie du es aufbauen würdest, wenn du genügend Personal hättest. Selbstverständlich stellst du nicht gleich eine Handvoll Leute ein. Nein, du wirst im ersten Schritt alle Positionen selber besetzen. Dein Ziel muss es aber sein, nach und nach eine um die andere Position an Mitarbeitende abzugeben. Ich empfehle allen UnternehmerInnen, zuerst eine persönliche Assistenz einzustellen. Das ist eine Person, die sehr viele verschiedene Fähigkeiten hat und bereit ist, dir auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis flexibel Aufgaben abzunehmen. Die an die Assistenz delegierten Aufgaben sind zu Beginn meist administrative, wie zum Beispiel die Sortierung der Post und der E-Mails, Telefondienst, Koordination von Terminen etc. Je nach Fähigkeiten kann dich eine Assistenz auch auf den Social-Media-Kanälen unterstützen, andere Marketingaufgaben, wie zum Beispiel die Pflege der Webseite oder die Führung der Buchhaltung übernehmen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass es entweder in die Richtung Marketing oder in die Richtung Buchhaltung geht. Eine Assistenz zu finden, die beides gerne und gut macht, ist sehr, sehr schwierig. Ich habe deshalb im Moment auch zwei Assistenzen, die mich unterstützen. Wenn du nicht zwingend jemanden vor Ort benötigst, empfehle ich dir, eine virtuelle Assistenz zu rekrutieren. Das sind digitale Nomaden, die irgendwo auf der Welt unterwegs sind und sich auf diesem Weg ihr Leben finanzieren. Es gibt im Internet viele verschiedene Plattformen, auf denen du sehr gutes Personal findest. Mein Favorit ist die Plattform DNxJobs. Den Link auf die Plattform findest du in den Shownotes. Diese digitalen Nomaden haben meist ein eigenes Unternehmen und rechnen ihre Sozialleistungen selber ab. Das macht es für dich einfach bei der Bezahlung. Du bezahlst nur die effektiv geleisteten Stunden. Wichtig ist aber, dass du sicherstellst, dass die Assistenz in ihrem Land auch angemeldet ist und die Sozialleistungen auch wirklich bezahlt. Falls sie das nicht macht, kann es sein, dass du im Nachhinein zur Kasse gebeten wirst. Sicherheit hast du, wenn du von der Assistenz von Anfang an ein sogenanntes A1-Formular verlangst. Nach der persönlichen Assistenz stellen die meisten jemanden im Vertrieb ein. Dies, weil sie selber nicht wirklich gerne verkaufen. Ich erachte das als den falschen Weg. Der Verkauf ist zu wichtig, als dass ich ihn so früh in fremde Hände geben würde. Auch sind sich deine Kunden gewohnt, von dir betreut zu werden. Besser ist es, jemanden in der Produktion einzustellen. Jemanden, der dich in der Erbringung deiner Dienstleistung oder bei der Herstellung deiner Produkte unterstützt. Auch hier solltest du eine Person einstellen, die sehr vielseitig einsetzbar ist. Sie sollte technisch gut sein, aber auch mit Kunden umgehen können. Die Person sollte sich in einer kleinen und flexiblen Organisation, die sich stetig verändert, wohlfühlen. Und ihr solltet auch auf der persönlichen Ebene gut miteinander auskommen. Ein sehr gutes Instrument für die Selektion der ersten Mitarbeitenden ist ein gutes Persönlichkeitsprofil. Keines, das typenbasiert ist, also kein DISC oder MBTI oder ähnliches, sondern eines, das der Komplexität der menschlichen Persönlichkeit Rechnung trägt. Wie zum Beispiel eines, das auf den Big Five basiert. Weshalb ich von DISC oder MBTI abrate, kannst du in der Folge 15 im Detail nachhören. Wenn du dich für eine Person entschieden hast, musst du sicherstellen, dass sie auch gut in deinem Unternehmen ankommt und schnellstmöglich einen Mehrwert generiert. Verantwortlich dafür bist du alleine. Motivieren musst du die Person nicht. Wenn du mehr über Motivation bzw. die Demotivation von Mitarbeitenden erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgenserie 14 anzuhören. Eine Person einarbeiten bedeutet ganz viel Arbeit für dich. Du musst lernen, dass du dieser Person all die Schritte und Prozesse beibringen musst und dass es am Anfang länger dauert, ihr die Sachen beizubringen, als sie selber zu erledigen. Spätestens jetzt werden sich dokumentierte Prozesse lohnen. Wenn du mehr über Prozessdokumentation wissen willst, empfehle ich dir, in die Folge 9 reinzuhören. Falls du noch nicht alle Prozesse dokumentiert hast, kannst du auch deine Mitarbeiterin bitten, dies jetzt zu tun. Das hat gleich mehrere Vorteile. Erstens, du hast deine Prozesse endlich dokumentiert. Zweitens, du siehst, ob die Person dich richtig verstanden hat. Und drittens, du kannst beurteilen, ob die Person sich an die Prozesse hält. Auch solltest du jetzt mit einem regelmässigen Team-Meeting beginnen. Ja, ich weiss, wenn jemand nur 5 bis 10 Stunden für dich arbeitet, erscheint es teuer, noch eine Stunde in ein Team-Meeting zu investieren. Ich garantiere dir aber, dass es dich deutlich teurer kommt, wenn du das Meeting nicht durchführst und deine Mitarbeiterin die Sachen falsch macht. Wie du genau tolle Meetings durchführen kannst, habe ich in der Folge 13 erklärt. Spätestens nach drei Monaten solltest du die Person eingearbeitet haben. Nun kannst du ihr auch schon erste Projekte, sprich ROCs, übergeben und sie so an der Weiterentwicklung des Unternehmens teilhaben lassen. Mitarbeitende werden so von Assistenzen zu echten Team-Mitgliedern. Wenn es der Geschäftsgang erlaubt, kannst du schon bald die Besetzung der nächsten Position in der Accountability-Chart vornehmen. Ein Wort noch zur Bezahlung. Viele haben Angst, ihren ersten Mitarbeitenden zu viel zu bezahlen. Weniger, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht sicher sind, ob sie es sich leisten können. Ich habe das jeweils so gehandhabt. Ich habe Menschen gesucht, die zu mir passen und die mindestens am Anfang auch bereit waren, zu meinen Lohnvorstellungen zu arbeiten. Sobald es der Geschäftsgang zuließ, habe ich die Löhne aber kontinuierlich erhöht. Von mir aus. Gutes Personal ist wertvoll und ich bezahle lieber jemandem etwas mehr, dafür bleibt die Person und ist bereit, vollen Einsatz zu leisten. Wer zu billig einkauft, bezahlt meist zweimal. Zum Schluss wieder eine kurze Zusammenfassung der heutigen Folge. Die erste Person einstellen ist ein grosser Schritt, der wohl überlegt sein sollte. Du solltest erst dann jemanden einstellen, wenn dein Cashflow es erlaubt, aber nicht erst, wenn du schon kurz vor dem Zusammenbruch bist. Ich empfehle dir, als erstes eine Assistenz einzustellen. Diese kann gut auch virtuell sein und auf Stundenbasis abrechnen. Nutze ein dimensionsbasiertes Persönlichkeitsprofil für die Selektion deiner Mitarbeitenden. Setze die Assistenz dort ein, wo sie ihre Fähigkeiten und Vorlieben hat. Wenn du sowohl im Marketing als auch in der Buchhaltung Unterstützung brauchst, lohnt es sich gegebenenfalls, zwei Assistenzen einzustellen. Stell nicht zuerst jemanden im Verkauf ein. Diesen musst du persönlich im Griff haben. Stell sicher, dass deine Mitarbeitenden gut eingearbeitet werden. Wichtig ist eine gute Prozessdokumentation. Wenn du noch keine hast, solltest du sie jetzt gemeinsam mit der neuen Mitarbeitenden erstellen. Beziehe die neuen Mitarbeitenden auch in die Weiterentwicklung des Unternehmens ein. Bezahle dein Personal gut. Erhöhe die Löhne von dir aus, sobald es der Geschäftsgang erlaubt. In der nächsten Folge werde ich dir ein Werkzeug vorstellen, das es dir erlaubt, Personalprobleme systematisch und rasch zu lösen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Erfolg und Spass mit deinem Business. Bis zum nächsten Mal. Das war Antarius, der Podcast. Verwandle dein Unternehmen in eine gut geölte Maschine. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest wertvolle Impulse mitnehmen, die dein Unternehmen weiterbringen. Wenn du in Zukunft keine Episode verpassen möchtest, dann abonnierst du am besten diesen Podcast. Wenn du konkrete Fragen an mich zu deinem Unternehmen hast, dann buchst du am besten einen kostenlosen Termin mit mir. Freie Termine findest du unter antarius.ch slash erstgespräch Bis zum nächsten Mal und denk immer daran, Unternehmertum ist ein Handwerk. Mit den richtigen Methoden und Tools kannst auch du dein Unternehmen in eine gut geölte Maschine verwandeln.